Minecraft Bandprojekt YOLO Ja, wieder mit der durchgehend gerade aufgenommen haben Shikoya, Froschi und der Denini Hi Hallo Ich wollte gerade sagen, bin ich gemuted, weil keiner was gesagt hat Das ist das einzige, was mich immer so nervt an Soundcraft Was jemand noch sagt? Was das jeder gemuted ist? Nee, nee, das Strange Missbrae Tell you The Missbrae is the secrets to you Ja, du hast doch ein Nanosaber, oder? Nee, das Ding sieht aus wie ein Brotmesser Was? Ja, erzähl Das sind so Eldridge Guardian Ich bin gerade beim Spawner und drin und Was beim Spawn? Achso Ja, und ich tu mir hier ein bisschen schwer Weil da ein Eldridge gerade hin gespawnt ist Ja Ach Gott Warte kurz, dann erledigt sich Warte, der schwimmt, vielleicht kann ich entkommen Ah! Hi, wo ist er denn? Und im Wasser Hey Kollege Und tschüss Hey, hat er was gedroppt? Ja, das habe ich gerade alles eingesammelt Kann ich das scannen? Oh, da ist noch einer Ja Ja, die erscheinen immer nach einer anderen Gerade eben war doch keiner, als ich hingegangen bin ums Scannen Sobald er nur gestorben ist, dann sterben die Dann kommen die Wörter jetzt gerne so lange Ich beschülze Den Typen habe ich schon gescannen, ich will nur die Einzelne haben Es ist okay, passt schon, passt schon, sind schon Oh, den Nobelist habe ich noch nicht Gut, kann man... Ich glaube, er ist noch Argument Fliegen wir zum Weihnachtsbaum Ja, ich flieg mal lieber wieder zurück Oh shit Mal wird er lieber zurück, weil ich habe nur noch zwei Herzen Ja, vorher hat er Ja Hey Muss wurscht sein Das ist auch dein einziges Argument nur noch, ne? Ha? Das ist die Devise nach der, was ich erlebe Überlebensmutter Überlebensmutter Muss wurscht sein Muss wurscht sein, ne, klar Du hast kein Wassersträmen Das Brot muss wurscht sein Ich habe auch gerade sowas ähnliches ausgedacht Gibt es noch zum Mittag, muss wurscht sein Oh Gott Oh Gott Stimmt, ich wollte das ja mal... Ich wollte hier ja mal was weitermachen Ähm... I think so Äh, du hast Odo drinnen Hast du eigentlich das? Ne, du hast Zerstörung Mach mir hier einmal Odo hin Hä? Das ist an das, das ist an das Ne, das Ding hat so Störungen, die Bähnen haben Odo Uh, ich wollte ein bisschen knapp So Habe ich gerade Taint freigeschalten? Geil Ein bisschen Oh joo Kann man Taint freischalten Uh Uuuu Ich habe Taint ges...ge...ge...ge...ge... Au, dieses Taint Taint swarm So, machen wir das andere hier Jetzt habe ich irgendwas gemacht, wo ich nicht weiß, was das sein soll Tentacle Wing habe ich jetzt freigeschaltet, okay. Denk nach Japanisch. Nein. Flo, nein. Ich lande so ganz gechillt auf einmal hier im Haus, da hat er da draußen ein unisoliertes Kabel. Das ist lebensgefährlich. Wer hattest du draußen? Ja, Maury und Ewa. Oh, der kompressiert hier glaube ich Kohle. Immer dieser Ewa. Aber echt. Okay. Vollbolts. Flo, du musst lachen, das war witzig. Vollboltsen? Ein bisschen. Der Handy hat vibriert. Geil. Oh ja. Oh ja, geil. Sitzt du grad drauf? Hm. Ich würde mich drauf sitzen. Trotzfrisch. Weißt du es? Wenn du es in der Ahrstadt hast? Hm. Jo, geil. Schlaf mal, er hat seine Hühnerfarben dezimiert. Ach, Quatsch. Ich weiss, das hat er doch gesagt, dass er das gemacht hat. Ja, da frag ich mich. Ich bin das mit. Wirklich. Konntest du eigentlich. Merkst du eigentlich, wie grad die anderen immer auf ihn rumhacken, sobald wir noch immer was bemehren? Ja, ja, ich merke das schon. Ich glaube, wir haben aktuell so die Stimmung so ein bisschen. Am Arsch. Hm? Am Arsch. Aber am tierisch festen. Du hast auch einen Arsch. Bist du das sicher? Jetzt bist du neidisch, ne? Äh, wie viel von den Destillierer brauche ich denn eigentlich? Da sind die Hosen voll. Hä? Du willst'n destillieren? Alkohol? Ah ne, ich brauche hier erstmal den Firnis, wo? Und? Alkohol. Soundcraft. Oh ja. Es steht hier alles bei der Research von dem Farbes dabei. Ja, deswegen ja. Von dem Destillator. Dann brauchte ich noch welche von diesen Filtern? Um die Dinger herzustellen. Was ist das eigentlich? Alchemie-Konstrukt. Okay. Ah, jetzt kann ich mich erinnern, warum ich hier hingegangen bin. Dem ich zurückgegangen bin. Brauche ich erstmal welche davon und davon brauche ich unbedingt. Silverwood Planks und Gold. Silverwood Planks und Gold. Goldig. Wer ist goldig? Hat hier nicht irgendwo Silverwood Planks gehabt? Ich bin goldig, danke. Ich höre es. Bitte, bitte. Daniel, du bist immer goldig. Alles richtig. Ich mag den Namen Daniel eigentlich nicht. Es gab mal einen Daniel, der angegeben hat, der war mein bester Kumpel. Und dann hat er mit der Freundin probiert auszuspannen. Kleiner Arschloch. Ja. Normale Dinge, die jeder bester Kumpel so macht. Du hast mich auch immer jedes Meter weggeschnappt, ne? Ja, genau. Und dann bin ich auf mein Einhorn gestiegen und davon geflogen. Ja. Mann ey. Und ist noch ein Gastrovaner Schwanger. Das musst du dir mal vorstellen. To-to-to-to. Du stehst da unter Freundin, ich komme so hin. Ist so ein Knick. Sie gehören jetzt mir. Sehr arg. Ich setze mich auf mein Einhorn, sie setzt sich hinten drauf. Stell mir eher den Knick von dem Einhorn vor. In der Mitte. Oh ja, geil. Stell mir eher. Nein, warte, das klingt falsch, wenn ich es jetzt so sag, wie ich es mir gerade denk. Komm, sag mal. Ne. Oh bitte. Weißt du, ich wollte irgendwas mit Vorstellen sagen und irgendwas, wo du ein Arschloch bist. Nur wenn ich mir jetzt sage, ich stell mir das an. Es läuft nicht so, nicht wahr? Stell mir gerade vor, dass du ein Arschloch bist. Ähm. Wer forderst den Arschhofen? Da würde ich jetzt hier nicht sitzen. Es ist auch wieder wahr. Ey. Wenn du ein Arschloch wärst, dann wirst du so aussehen wie das. Das ist ein Verhalten von Galileo Mysteries. Wie war das? Bei Herr der Ringe, der eine Typ, der für Saruman redet. Der hat ein Arschloch als Mund. Der für wen redet? Für Sauron. Okay. Ah. Da war ich immer voll angehegelt von dem Ding, weil ich immer gedacht hab. Ich bin der für Mund. Der furchtbar ist. Ah, da war ich noch. Ich finde gerade mein Silberwood-Holz nicht. Silberwood-Plunk. Ich brauche Silberwood. Ich habe das jetzt hier bei dir abgeholzt, ne Flo? Ja, ja. Einmal doch. So. Ach, da oben. Eine Reihe Stacks wärst du nicht, finde ich nicht mal Jens. Und bin ich froh, dass ich gerade nicht aufnehme, weil ich flieg nur mit der Landschaft. Du musst du doch nicht. Ich hab dir extra gesagt, dass du es nicht musst. Da. Da. Oh du! Ich hab Ordo gefunden! Ich hätte dir auch drei Stellen sagen können, wo es Ordo gibt. Ja. Ich hab gerade einen in der Meining-Welt gefunden. Da ist sie! Was sagt man denn? Jetzt ist null Ordo drin, äh, geht das trotzdem? Das zeigt mir noch Ordo an, also ist nicht verschwunden. Ja, das wird schon. Das ist wurscht, auch wenn er auf null der Runden ist. Meinst du zwölf reichen Ausflug? Von den Flugsdingern? Entschuldigung, dass ich die gerade unterbrochen hab, ja. Hast du die Flugs- die Dinger die man drauf macht auf den Ofen? Nein, nicht äh, nicht äh, den Destillierer, sondern das andere Ding, das äh, hier die, die, äh, Filzfilter. Ist wo er dann die Hosen voll hat. Filter, das ist doch das, was man auf den Ofen drauf gibt. Kann möglich sein. Hört das aus wie so ein Destillier-Dräum, so ein Kester? Nee, das ist ja der Destillierer an sich, das ist der, der Wiss-Flitz, äh, Filter. Wiss-Flitzer. Wiss-Flitz. Ähm, das ist, das ist... Äh, hat das ein Modell, ist das kein Viereck? Nein, das ist bloß... Ist das, was er sich ein bisschen abgeründet? Es ist, ja, wie gesagt, ein Viereck, wie gesagt, das ist eben Teil der Filter. Das ist... Einen Filter. Filter. Den brauch ich, um was anderes zu craften. Um diese Dinger zu craften, was du eben halt um auf den Ofen drauf setzt. So. Ja, die Dinger, die man drauf setzt, von denen hab ich immer nur 3, 4 gehabt. Willst du davon machen? Auch so 3, 4. So. Dann passt's ja. Ich hab bloß ein paar mehr gemacht. Von den Filtern. Die brauchst du für sonst nichts. Egal, hab ich eben halt ein paar mehr gemacht. Ah, 76 Terra. Schön. Ich hab heute ein Jahrzehnt doch schon wieder irgendwas im Hals stecken. Los komm, Witz. Nix. Ich mag das. Ah, nein. Mann, ey. Es ist schön, das Jetpack über dem Quarry leer geworden. Es muss wieder rausrennen. Das... Ah. Ja. Die ganze Zeit so und dann stürzt er einfach auf. Zum Glück erschirbt man sich bei der Landung. Das wär voll. Voll tragisch. Das ist leer. Wie viel hast du noch von Wasser? Kann ich noch eins? Drum die stapeln? Ja. Kann ich machen? 4 Stück. Gut. Ey Sascha hat doch lieber besuchen können. Ah. Äh, wie jetzt? Ist der denn immer gut überlegen? Äh, weil du hast gleich so ne Wassernot hier bei dir und die will ich mal aussaugen. BAT! Ja. Ja, er will dich aussaugen. Ja, er will bei dir was aussaugen. Ja, er will bei dir was aussaugen. Da wird ja der Blur dann immer. Hey, sonst noch jemand geglaubt, er könne fliegen und ist in Lava gesprungen? Nur ich? Okay. Wo wieder? Mann, bin ich froh, dass ich nicht komplett in Lava eingetaucht bin, sondern nur in so einen Fließhändis. Oh nein, nein, nein. Falsch, 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 falsch. Äh, ich wollte gerade sagen, dass ich gestorben muss. Hast du bitte aufzubringen? Zubringen? Zubringen? Okay. Ah, ich habe keine Blöcke dabei und sitzt zwischen ein bisschen Bedrock. Das ist sehr gute Situation, in der ich mich hier befinde. Darf ich dir helfen, Flo? Ne, warte, da ist ein bisschen Stein ist nebenan. Ein bisschen mehr aufpassen. Sascha, bist du gerade bei dir? Zuhause? Ja, aber es ist gerade unaufgeräumt. Nein, du musst mal zum Mining Portal kommen. So, äh, ja. Einmal mehr aufpassen. Den anderen habe ich ja nicht mit. Ähm. Wie bist du denn? Lach da drinne. Da schaut auch ganz schön, viele. Koks. What the fuck? Ich habe gerade irgendwas aufgesammelt. Ah, hier die Stone Shorts sind deine. Wieso? Hast du vielleicht die Kisten voll auflaufen lassen? Ne, die sind alle kaputt sind in den Kisten. Ah. Ich weiß auch, was habt. Da sind Cages Banken. Ah, Kaches. Kaches. Ne, neben deinem Mining Portal, wenn du da genau hinguckst, ich habe ja hier so eine schöne Brille dafür. Ähm. Ist eine Aura-Nodie. Und die habe ich mir gerade nochmal geklaut. Also nicht geklaut, die habe ich gerade mal ein bisschen ausgesaugt. Voll ist jetzt eigentlich mein Stab. Sehr voll. Schön. Hä? Vielleicht habe ich voll. Da ist dann eine Platte neben meinem. Da ist dann cool. Ach fuck. So, wie war das jetzt? Man musste Kohleren packen, Warflu? Ja, und dann den Penis. Ah. Damit es heiß wird. Ne, man Kohleren packen und dann etwas, wovon man die Aspekte braucht, ne? Ja. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Tut mir leid. Ja, ich musste kurz überlegen, wo. In den Ofen. Ja, ja, vom Destillator unten Kohle rein, oben Aspekte, aber nicht zu viel auf einmal. Links füllt sich dann der Leiste. Das sind die Aspekte, die noch nicht destilliert sind. Ja, ist mir ja klar. Und umso länger sie drinnen bleiben, umso mehr werden sie zersetzt. War es doch, ne? Nein. Das war im Kessel. Das war nur im Kessel? Ja. Da muss ich ja direkt aufpassen, weil ich darin mache. Ach. Ist ja scheiße. Hm. Es ist ja ruhig. Ja, das hätte ich mir auch grad so gedacht. Ich nicht. Ah. Okay, dann gucke ich mal. Warte mal. Was für Aspekte brauche ich denn bitteschön? Hm. Ich wollte mit, was? Flo. Was könnte man jetzt doch schnell in den letzten 5 Minuten mal schnelles mit dem Zaubertisch machen? Nicht, ne? Nicht wirklich. Als ich letztens was machen wollte in den letzten 10 Minuten oder so, hat es mal nicht hingehauen und dann hast du mich voll zur Schnecke gemacht. Weißt du noch, beim letzten Projekt haben wir uns voll angepisst. Ja, ich weiß. Ich mag das eben halt nicht, ja? Ich bin ein bisschen Odo erschwiegt. Ich bin ein bisschen Odo erschwiegt. Das ist so. Ha. Ich brauche Magie. Und dann von dir ein bisschen was. Weißt du, wo Odo drin ist? In Kisten wo? Ist, äh. Ist ne gute Frage, ne? Odo? Odo, ja. Ne. Keine Ahnung. Odo, wo ist Odo drin? Da ist Odo drin, aber das ist zu viel. Toll. Using to learn here. Using to learn here. Das ist auch zu viel. Potalframes. Odo, Odo, Odo. Papierordnung. Ne. Papier hat Gehirn. Ich hab was Neues researched. Okay. Odo, Odo. Oder soll ich noch eine aufnehmen? Flo, das ist... Und jetzt will ich auf einmal nicht mehr aufnehmen, Leute. Das ist für das Beste. Ne. Weißt du, wir heute doch keine Lust mehr, oder was? Ne. Nicht wirklich. Kann ich aber auch gut nachvollziehen. Kommt schon. Irgendwas, das Odo hat. Das auch nicht. Stein hat. Ja. Ich bin blöd. Flo? Ja? Das ist mir bewusst. Ey. Willst du gedisst werden, oder was? Ein bisschen. Die Wissfilter haben, Odo. Cool. Odo. Odo. Dann haben wir ins Buch. Weißt du, wenn du im Buch ganz oben bei dem ersten Tab bei Aspects of Magic reingehst, kannst du all die Aspekte auswählen. Und wenn du da drauf zeigst, dann siehst du all die Dinge, die du erforscht hast, die das drin haben. Wenn man da schön ist. Silverwood. Die Runenmatrix. Das Magie, den Magietisch von Asmagica. Das Lektan von Asmagica. Meine Stahlhosen. Stahl. In dem Fall. Ich hab Obsidian. Ich weiß nicht, Obsidian habe ich noch nicht erforscht. Aber der Silverwood sehe ich ja, das Odo drin hat. Okay, Silverwood habe ich mehr als genug. Was bräuchten eigentlich für den Stab? Silverwood. Ist der Daniel eigentlich noch da? Ja, ja. Ja, ja, der hält mir immer das Maul. Ich bruch achte. Halt dein Maul. Wie viel passen in so eine Flasche drin? 32 oder so was? Ne, 16 oder wiechen? Ach komm, nehmen wir einfach jetzt mal das Silverwood-Holz. Und brennen mal eine Runde was. Ne? Ja, ja, netto. Stampe. So. Wie viel konnte man nur mit den Flaschen wegnehmen? Nur eine bestimmte Anzahl hast du auch gesagt, ne? Ja. Wie viel wollen das? Achte? Oder wollen das mehr? Acht. Ja, Achte. Hast du genau zu dem Zeitpunkt gesagt, wo ich, wie viel passen da Maximal drin? Naja, du nimmst immer normalerweise ein Ding. Eine so eine Flasche. Und dann kannst du die nehmen, rausnehmen und reinnehmen. Äh, reinlegen. Rausnehmen, reinlegen. So hin und her. Die kriegst du immer wieder, also du kriegst die leere Flasche wieder zurück. Okay. Wie viele Aspekte da reinpassen? Ne, du kannst nur so viele verschiedene Arten von Aspekte drin haben, wie du Destilliere oben drauf hast. Ja, ist mir ja klar. So. Du brennst noch ein bisschen vor dich hin, da kann ich ja mal... Was machst du? Du machst Feuer und das. Dann schmeißt du dich auch noch mit drin. Ich brenne jetzt Kohle. Cool. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt braucht ihr ein bisschen was. So. So, und... So, und... Da. Da machst du mal ein bisschen voll und... Das hier machen wir ein bisschen voll. Ich vergesse dann doch, dass die auch andere Aspekte abgeben. Gut, Job, Spiel. So. Da steht's da was. Hä? Ne, 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 ne. Was ist denn das jetzt eigentlich? Achso, das... Äh, ganz einfach. Ähm, unten in der Destillator sind sieben drinne. Ähm, und zwei weiter oben ist eins drinne. Ja, dann hättest du wahrscheinlich in der Mitte nix rausnehmen sollen, während es noch am Arbeiten ist. Ich merke das schon. Weil es geht immer von unten nach oben. Jetzt hab ich gerade Glas zerstört. Weil das ja so schwer zu willkommen ist. Äh. Wie lange wollen wir die Feuer jetzt eigentlich machen, Sascha? Wir haben schon 10, 20 Minuten. Wie? 22. Ähm, ähm. Ich hab' mir gedacht nix mehr interessantes, also... Jeder zahlt. Äh, das steht doch bei dir auch unten bei OBS in der Mitte. Die zahlt. Ja, ja. Hm? Wollt die wir da mal fragen. Na, wie gesagt, nix mehr. Mir ist das eigentlich egal. Ich wollte jetzt ein bisschen hier die Gläser noch höchstens vollführen. Das könnte ich höchstens off-screen mal machen. Dass ich einfach mal alles Mögliche verbrenne und immer mal Zeug abbauen und wieder hinsetze. Und das wird er... Ja. Also, jetzt. Hör mal jetzt auf. Flo will eh keine mehr aufnehmen, dann lassen wir das für heute. Passt das schon. Ja. Dann würde ich den nächsten Mal noch in Alena aufnehmen. Aber da würde ich wahrscheinlich keine Facecam mehr drin haben, weil das hässlich ist. Das Bild. Warum legt das jetzt so... Wo erzählt das? Was am Bild? Naja, das... Die Person in diesem Bild ist so hässlich. Das haben sie in den Kommentaren geschrieben. Ich lese eure Kommentare. Ich meine... Der Zukunft. Ja. Was jetzt? Ach, nix mehr, ich bin hässlich. Das war letztendlich hier hinten. Ja, Mist. Das war extrem. OBS steht, glaube ich, leer. So lange wie es bloß OBS ist. So steht es. Okay. Sag mal Tschüss. Ja, passt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich soll es wieder flüssig. Jetzt können wir weiter aufnehmen. Hallo. Ah, tschüss. Ja. Geht doch.